Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, okay. Ich hab's noch nie auf meinem Kanal gebracht, aber wir spielen heute wieder auf dem lossify.net-Server. Zu zweit, ja das macht ja richtig launig. Hier, tschüss. Nein! Nein! Ach, komm! Na, komm schon! Da hab ich schon gar keinen Bock mehr drauf. So, stellt mal einen neuen Modi auf dem Kanal vor. Erstmal schön reinscheißen. Äh, Grief-Spiel. Ach, das kann ich gut. Griefen, da bin ich schon geübt drin. Ist ja immer dieselbe Map. Und ich kann meine Taktik erstmal hier... ...das ganze Zeug hier wegmachen. So. Ähm... Nein, 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 das kriege ich hier alles. So. Shit, shit, shit. Okay. Ah, diese Blumen, das ist so richtig schrecklich. Am besten ist Gras. Nein, das ist meins, das ist meins, das ist meins, meins, meins. Wir spielen heute den Minigames-Modus. Ich würde... Also, ich spiel... ...den Minigames-Modus auf dem Lostify.net-Server. Den fühl ich sehr, weil ich den bis jetzt noch auf keinem anderen Server gesehen habe. So. Der ist immer noch vor mir. Los, bau doch ab! Was ist denn das? Das wird den Blumen so richtig schrecklich. So, zack, hier. Der ist immer noch vor mir. Shit. Komm, bau ab, bau ab, bau ab. Hier noch, hier noch, hier noch. Ah, Mist, der... Der liegt fünf Punkte vorne. Wir spielen halt verschiedene Minigames... Oh, Death Run, das kann ich sehr gut. Da bin ich meistens das Erste immer. Wir spielen verschiedene Minigames. So ein bisschen an Mario Party angelehnt. Aber halt ohne Mario Party. So, zack. Und hier tut sich dann hinter uns die Map dann auflösen. Und der Letzte, der überlebt, kriegt halt die meisten Punkte. Oh, es leckt. Oh, es ruckelt. Nein, was ist denn das? Ich glaube, die Map fängt sich an aufzulösen. Ja, das hatte ich ja noch nie. Das ist ja richtig komisch. Ja. Alle sind ausge... Oh nein. Ich bin auch ausgeschehen. Aber ich glaube, ich kriege keine Punkte mehr. So. Wie es gleich stand. Sehr gut. TNT Run. Das sollte ich auch einigermaßen gut hinbekommen. Ich habe schon oft den ersten Platz besetzt. Die sind zwar gerade nur zu dritt, weil es ist 10.50 Uhr. Hä? Ach, jetzt sind die... Also irgendwie habe ich gerade die... Weil ich gerade Brain of K vom Chat her... So, jetzt spielen wir noch zu zweit. Na, das ist ja ein Kopf-an-Kopf-Rennwort, wörtlich. Wo ist er? Hä, das ist doch gar nicht TNT Run. Neun Schlinge. Haha, jetzt hat der... So, zack. Habe ich dich? Wo ist er? Wo ist er? Da unten. Habe ich dich? Nochmal. Okay, jetzt geht's wieder ans Eingemachte. Ja, Low Ground regelt. Und das Internet dazu. Ach, was ist denn das? Hier eine Beere. Hey, ist das mein Internet oder was? Ja, ich glaube, es ist mein. Ich habe einen 75er Ping. Oh! Mist. Hä? Hä? Also, das ist... Aber auf Hypixel habe ich das in letzter Zeit öfters, dass das Internet einfach abgehakt. Aber ich glaube, das liegt selbst an Hypixel. Ja, Pech gab's, ne? So. Dann meinte ich hier noch kurz fertig, damit ich mir... ein paar Pünktchen hole. Mist. Ey. Das ist ja nicht zu fassen. Hä? Warum bekomme ich so wenig Schaden durch ihn? Hä? Ich glaube, er bekommt mehr Schaden als ich durch ihn. Ich bekomme ja immer nur so ein halbes Herz. Oh, Low Ground ausgenutzt. Ich bin arm. Das ist ja... Traurig. So, noch ein paar Pünktchen holen. Zack. Ach, hier ist er gleich. Äh, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ach, da ist er. Also, irgendwie glaube ich, dass der Modus Bisschen rumpackt. Kann ja nicht sein, dass ich nur so wenig Schaden bekomme und eher so viel. Und da habe ich gewonnen. Und da habe ich gewonnen. Ja, geil. Eingearscht, Dinkelberg. Gut, ich würde sagen, wir machen noch eine zweite Runde. Weil ich sehe gerade, ich habe jetzt sechs Minuten und wenn ich dann noch ein bisschen was rumcut, ist plötzlich nur noch eine Minute. Du hast kein Damage bekommen. Doch, aber nur ein halbes... Okay, dann backt wirklich der Modus rum. Das war... Das war wirklich komisch. Also, ach, Moment mal. Der hat doch Reichtshed, glaube ich, angehabt. Egal, Deathrun, lauf um dein Leben. Das mache ich doch sehr gerne. Ich glaube, äh, das P ist mit einem B verwechselt. Aber egal. So, weg mit dir. Ich will deine hässliche Fräse nicht sehen. So, zack. Okay, was mir auch gefallen ist, dass die dieses... Oh, das wäre jetzt... Moment. Der ist hinter mir. Sehr gut. Oh, mein Handy hat geschrumpft. Ich habe es vergessen, auf Stumm zu stellen. Das ist natürlich hier wieder ideal. So. Oh, Mann. Ich habe so lange... Also, was heißt so lang? Schon gefühlt ein oder zwei Wochen nicht mehr diesen Deathrun hier gespielt. So. Ist ausgeschieden. Haha. Easy. Du hast fünf Punkte bekommen, da ein Spieler gefallen ist. Ah, mein, jetzt habe ich den Chat gelesen. Ah ja, jetzt wird die Map eh weg gewesen. So. Fünf Punkte habe ich schon mal. Das ist ja super. Jump'n'Run. Jump'n'Run? Ach, das Jump'n'Run. Ja, okay. Das ist eigentlich auch relativ einfach. Und darf halt nur nicht auf die... Oh, Moment. So. Ne, das ist nicht das Jump'n'Run. Das habe ich noch nie gespielt. Was? Da du allein auf dem Server bist, wurde das Spiel abge... Also, das verstehe ich wirklich nicht. Wann, ist hier... CD-Bild ist auch offline. Jetzt ist der Minigameserver abgeschmiert. Hä, was ist denn das? Ne, jetzt ist er wieder online. Der ist nicht abgeschmiert. Ich glaube, weil Kaninchen rausgegangen ist. Ja, super. Okay. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da an. Ansonsten sehen wir uns wieder am nächsten Dienstag um 15 Uhr pünktlich wieder zurück. Abonnieren. Und zwar kostenlos. Und zwar auch die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.